Yo, 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 Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf einem neuen Shop-Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Vielleicht haben wir den neuen Shop. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo und ein Like. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und gibt sehr gerne meinen Creator-Code. Hängt wie 049 im Shop ein. Danke für den Support, ihr Lieben. Ich denke mal, die She-Skins verlassen uns. Mal gucken, was Schönes reinkommt. Heute Farbe Rot. Ihr habt auf Rot gewartet. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Farbe wir als nächstes haben möchten. In genau zwei Sekunden ist der neue Shop. Und let's go. So, was haben wir hier Schönes? Ja, ein paar haben mich gefragt, wann kommt Fokus wieder? Da ist Fokus wieder, ihr Lieben. Was haben wir noch für Schönes? Okay, fangen wir mal ganz oben an. Victoria Saint in zwei verschiedenen Stilen. Ein cooler Skin, ein weiblicher. Plus Backbring für 1200 das Ganze, ihr Lieben. Dann haben wir die Pickaxe dazu. Zweihändig für 500. Hört sich sehr, sehr nice an. Dann haben wir Hasenwolf. In drei verschiedenen Varianten. Einmal Reaktiv, Neonhase und Neonwolf. Plus Backbring. Backbring sieht nice aus. Auch in drei verschiedenen Stilen. Für 1500 das Ganze. Einmal Reaktiv, Neonlama und Neonlöwe hat was der Skin. Plus Backbring sieht auch nice aus. In drei verschiedenen Stilen auch. Das Ganze für 1500. Dann haben wir hier eine Lackierung. Neontier für 500. So, Finsterbomber. Cooler Skin. Sieht nice aus. Plus ein cooler Rucksack. Als Backbring für 1200 das Ganze, ihr Lieben. Dann gibt es nochmal eine Pickaxe dazu. Donner Ross. Hört sich nice an. Sieht böse aus für 1200. Bisschen teuer, aber was soll's. Engelgleiter für 500. Nichts Besonderes. So, dann kommen wir mal zu Fokus. Ein sehr beliebter Skin. Der sieht auch nice aus. Für 1200. Plus Backbring. Rucksack mit einem Chaco dran. Kann man sich gönnen. So, Cloaked Star. Cloaked Star. Cooler Skin. Plus Backbring. Mit zwei, also mit einer Machete. Ein Messer hinten dran. Sieht nice aus. Für 1500. Dann haben wir eine Musik. Klima Remix. Bestimmt cool. Für 200. Zahnseidenwirbler. Für 500. Nicer Emote. Hüpfelarmor. Zum Fortbewegen. Für 500. In Überladung. Für 200, ihr Lieben. Epic World Spin Paket ist noch drin. Die ganzen Marvel Skins sind noch drin. Eng Skin ist noch drin. Laser Beam ist drin. Master Chief ist drin. Das war's auf jeden Fall vom Shop, ihr Lieben. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Shop heute so findet. Und nicht vergessen, schreibt in die Kommentare, welche Farbe wir als nächstes hier im Raum haben möchten. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und gebt sehr gerne meinen Creator Code, engTV049, im Shop ein. Danke für den Support, ihr Lieben. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.